So lange möchte ich euch schon von einer meiner Lieblingsentdeckungen erzählen, aber irgendwie hat es nie richtig gepasst. Ich weiß auch nicht, warum mich diese Idee eigentlich so hypt, aber ich finde sie einfach mega, ein Stück Menschlichkeit to go. Und zwar meine ich den Café Suspeso. Den kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ich bin ihm auch vor ein paar Jahren per Zufall in Italien begegnet. Café Suspeso heißt der aufgeschobene Kaffee und ist im Prinzip total easy. Der, die Kundin, trinkt in der Espressobar, im Café ein Espresso, zahlt aber zwei. Und wenn dann jemand, der sich eigentlich kein Espresso leisten kann, reinkommt und nach einem Café Suspeso fragt, bereitet der oder die Barista ihm diesen zu. Wo die Idee genau herstammt, ist nicht so ganz überliefert. Es gibt mehrere Geschichten dazu. Alle aber kommen aus Italien bzw. direkt aus Neapel. Die eine erzählt, es wäre im Laufe des Zweiten Weltkriegs entstanden. Die andere, dass Adelige diese Tradition eingeführt haben. Und eine dritte Geschichte berichtet davon, dass der Brauch besagt, dass Menschen an besonders glücklichen Tagen anderen, die nichts zu feiern haben, so indirekt an ihrem Glück teilhaben lassen. Es gibt diese Tradition auf jeden Fall schon ein paar Jahrzehnte. Und vor allem in der Wirtschaftskrise 2008 hat sie nicht nur in Italien, sondern sich weltweit neu verbreitet. Und auch bei uns in Deutschland gibt es sie im Übrigen. Und auf der Homepage suspendedcoffee.de kann man nachschauen, wer alles wo mitmacht. Als ich das erste Mal in Rom über diese schöne Tradition gestolpert bin, ist es für mich fast so eine Art Challenge geworden, ausschließlich Café Suspeso zu trinken. Irgendwie habe ich die Idee sofort gefeiert und, ja, zugegeben, es hat mir auch ein gutes Gefühl gemacht. Eine so einfache, simple Form der Nächstenliebe. Es ist, als wenn ich nicht nur Geld weitergebe, sondern eben auch ein Stück von meiner Espressopause. Von meiner kleinen, heiligen Zeit am Tag, wo alles stillsteht, wo ich ganz bei mir bin, den Espresso und den Moment genieße. Von dieser Zeit, von diesem kleinen Glücksmoment, von diesem Genuss kann ich dann etwas abgeben. Das finde ich einfach total schön. Ich bin überzeugt, dass es mehr von diesen kleinen, guten Tatenideen gibt. Vielleicht bin ich zu gutgläubig. Aber hey, ich möchte einfach weiter daran glauben, dass es auch gute Nachrichten gibt. Dass es Menschen gibt, die für andere mitdenken, was Gutes tun. Ich finde, wir reden nur viel zu wenig darüber, weil angeblich nur Bad News Good News sind. Ja klar, natürlich, wir leben in einer Welt, wo wir zum Beispiel zu viel auf die Likes bei Insta schauen und Angst vor dem nächsten Shitstorm haben. Das würde ich auch überhaupt nicht kleinreden. Aber ich glaube, deswegen wächst in uns allen doch vielleicht auch manchmal die Sehnsucht danach, dass es doch auch anders geht. Dass es da mehr gibt und wir alle auch ein bisschen mehr Mitgefühl brauchen. Nächstenliebe halt. I know, der Begriff ist schon ein sehr altes, überstrapaziertes Wort. Klingt bei vielen vielleicht eher nur nach Rallyeunterricht oder Weihnachten. Man kann das vielleicht auch mit Menschenfreundlichkeit, Humanität, Menschlichkeit beschreiben. Aber ich muss zugeben, ich mag es irgendwie. Das Wort Liebe finde ich eh gut und Nächste, ja, das klingt halt einfach so nah. Es schiebt das Problem nicht so in weite Ferne in irgendeine Wohltätigkeitsorganisation oder so, sondern kann bei mir eben der nächste Espresso sein. Und deswegen finde ich, verdient es eigentlich die Nächstenliebe, dass wir den Staub von diesem Wort pusten und aus dem Abstellraum holen. Denn eigentlich begegnet sie uns ja jeden Tag. Wenn deine Freundin zum Beispiel ein Problem hat, dann bist du doch für sie da, safe, oder? Letzte Woche hat mir der Nachbar völlig überraschend die Getränkekiste aus der Tiefgarage getragen. Oder was mich übrigens total beeindruckt hat, so viele Menschen haben im Sommer bei der Flutkatastrophe nicht nur Geld und Sachen gespendet, sondern haben angepackt, sich mit in den Schlamm und in die Trümmer gestellt und wildfremden Menschen geholfen. Von daher bin ich überzeugt, dass ein Stück Ehrenfrau oder Mann in jedem von uns steckt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ist er irgendwie auch von Tag zu Tag abhängig. Es ist eine Art Haltung, Einstellung zum Leben. Jede und jeder kennt das Gefühl, ein saftiges Plus auf seinem Karma-Konto eingezahlt zu haben, wenn wir etwas Gutes getan haben. Und safe, manchmal bin ich so in meinem Shit vergraben und daher voll auf dem Ego-Trip, dass ich mit Scheuklappen durch die Welt laufe und nicht checke, wo ich helfen könnte. Und manchmal könnte ich die ganze Welt umarmen und könnte eine Nächstenliebe-Challenge nach der Nächsten starten. Darum steht sicherlich auch in der Bibel der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sprich, wenn es mir nicht gut geht, dann klappt das mit der Nächstenliebe schon eh nicht. Dann ist mein Akku leer und ich gehe mir schon selbst so auf die Nerven, dass das mit der Liebe zu mir ja schon allein nicht klappt. Das sind dann übrigens die Momente, wo ich auf Nächstenliebe angewiesen bin. Irgendwie ist es dann im übertragenen Sinne so, als ob ich einen neuen Espresso mit starker Liebe brauche und geschenkt bekomme, um wieder neu durchzustarten. Und in meiner verrückten, kleinen, völlig durchgeknallten, untheologischen Glaubenswelt, ja, ich finde, das steht jedem manchmal offen, ob studiert oder nicht, da stelle ich mir Gott als Barista vor. Der Ort, mein kleiner heiliger Moment, wo ich neue Liebe wieder auftanken kann, wo ich zur Ruhe finde und auf den Geschmack meines Lebens komme. Die heilige Teresa von Avila, das war im Mittelalter so eine mega clevere, pfiffige, ich befürchte eine für damalige Verhältnisse viel zu moderne und auch provozierende Frau und Nonne, die hat mal gesagt, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Hätte die schon den Kaffee Suspeso gekannt, ich glaube, sie hätte bestimmt auch hinzugefügt, dass Gott sich auch zwischen den Espressotassen versteckt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine tausendjährige menschliche Tradition, die so viel überlebt hat, die uns tagtäglich begegnet, manchmal auf dieser Seite und manchmal auf der anderen. Also ich muss zugeben, ich liebe es, auch wenn das Wort vielleicht manchmal sehr verstaubt klingt, aber hey, ich brauche es auch so. Und was gibt es Schöneres als das Glück, die Liebe in guten Tagen einfach weiter zu schenken und die Scheuklappen abzulegen und mal rechts und links zu schauen, wo man ein Espresso zu viel bezahlen kann oder direkt anpacken kann. In diesem Sinne, und wenn ihr coole Aktionen kennt, die man weiterempfehlen kann, dann schreibt es in die Kommentare oder erzählt es rum, denn Good News müssen echt gefeiert werden. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Eure Maren Ich freue mich auf euch. Vielen Dank.